damit das alles seine Richtigkeit hat. Und bevor wir loslegen mit unserem Thema, versuche ich jetzt mal nicht unbedingt das hier zu teilen, sondern vielleicht kennt der eine oder andere von euch, Stefan, schon ein bisschen. Und ich meine, jetzt ist es ja schon ein bisschen später am Abend. Und ich sage mal, wir sind ja jetzt mehr oder weniger unter uns. Und wer Stefan kennt und seinen Blog, ich teile das mal kurz. Wir haben ja Papa Riedels Blog. Also er ist unheimlich aktiv, was neue Sachen angeht. Und er ist auch seit neuestem Mitglied in unserer MVP-Truppe. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Danke, danke. Wer ihn kontaktieren möchte, also bitte hier der Blog. Wichtig auch noch, das habe ich auch nochmal rausgenommen und möchte das nochmal teilen. Es gibt eine Power-Plattform-User-Group. Da macht ihr auch mit. Ist einer der Organisatoren. Auch hier gibt es regelmäßige Events. Und ich habe schon gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen unter uns. Und vorhin haben wir gehört, ja, hier gibt es ein paar neue Papas. Und was kommt immer so am Abend? Ich sage mal, bevor wir, bevor die Kleinen ins Bett müssen. Da kommt natürlich heute mal der Papa Riedel. Nicht der Sandmann. Also der hier nicht. Ja, also eine Stunde müssen wir noch durchhalten. Aber jetzt übergebe ich einfach mal an Papa Riedel, der uns ein bisschen was erzählen will zum mobilen Einsatz von Power-Apps, Canvas-Apps und allem anderen, was wir so noch nicht wissen. Genau, super. Danke. Ich kämpfe jetzt gerade nochmal kurz hier mit meiner Technik. So, freigeben. Wäre auch mal ein guter Plan. So, das mit dem Papa und dem Abend ist gut möglich, dass meine Kinder heute auch noch unterwegs sind, dass die heute auch noch kommen. Die riechen das förmlich, wenn ich unterwegs bin und mal zu sprechen habe. Abends dann sage ich, da bin ich ja dann berühmt jetzt. Das kann ich ja mal, sehen Sie mich ja alle. Das ist alles super. So, also mal gucken. Ich habe dir gesagt, heute vielleicht mal ein bisschen leiser. So, Slideshow starten, bitte. Das tut sie. Also, es ist ja ein Ding. Also, ich mache jetzt schon den einen oder anderen Talk. Ich kämpfe jedes Mal wieder damit, irgendwie auf welchem Screen habe ich so meine Vorschau? Wo ist irgendwie, wo ist gerade was? Das ist sehr schnell. So, aber jetzt darf ich. So, jetzt seht ihr das. Fantastisch. So, jetzt muss ich natürlich obligatorisch auch nochmal fragen. Seht ihr alles? Genau, also man kann das gut sehen. Jawohl. Ja, sehr gut. Alles klar. Genau, das bin ich. Also, vielen Dank für die Vorstellung. Es kürzt natürlich gleich ein bisschen ab. Vielen Dank für die Einladung auch, dass ich hier mitmachen darf. Das ist total super. Ich bin in dem letzten Vortrag ein bisschen später reingekommen. Heute ist halt auch unsere lokale Community gerade am Start. Aber ich habe gerade in der letzten Slide noch gesehen von Martin, dass irgendwie der Ursprung auch aus Hannover ist. Finde ich ja total super. Dort komme ich auch her. Dort sitze ich. Ich habe eine kleine Unternehmergesellschaft hier. Ich bin genau eine Person, das heißt in der vollen Mannstärke angetreten. Bin 49 Jahre alt, habe zwei Kinder, die, wollen wir gucken, ob sie noch hochkommen zum guten Nacht sagen, die acht oder sechs Jahre alt sind. Meine Kontaktdaten, die blende ich gleich, gleich, so in der Dreiviertelstunde dann nochmal ein, wenn wir fertig sind. Ansonsten, ja, den Blog at Papariel, da findet man mich. Ansonsten, ich habe auch sowas wie eine handelsübliche E-Mail-Adresse. Und wer jetzt schnell ist, der kann das jetzt abscannen. Ansonsten die Slides, die schicke ich dann rüber. Ich weiß noch nicht, wohin. Das kriegen wir aber dann, glaube ich, noch. Und da könnt ihr dann alles mitnehmen. Da habt ihr dann auch nochmal alle Daten. Genau, ich habe zwei Communities zusammen mit dem Tomislav Karapilov. Der spricht jetzt gerade parallel noch. Und das ist die Cloud and Collaboration Community in Hannover. Wir haben allgemein Microsoft 365 Themen. Es geht also jetzt gerade ist Teams in Verbindung mit Power Automate, worum es geht. Dann hatten wir noch ein Teams-Thema vorhin. Aber ansonsten geht es halt auch um alles drumherum. Also von Planner über To-Do. Natürlich jetzt auch viel Power Platform. Und wir treffen uns also achtmal im Jahr im Rahmen dieser Community und viermal im Jahr mit der Power Automate User Group. Und wir wollen dann halt uns dann ganz konkret diesen Themen widmen. Genau. Nochmal zur Erinnerung, worum wir hier sind. Die Power Platform. Mein Thema ist Power Apps. Und halt in dem konkreten Fall habe ich mir halt angeschaut, was muss ich tun, damit ich mobile Power Apps hinbekomme. Und worauf muss ich achten? Was kann mir halt passieren? Was sind so die Herausforderungen, wenn ich tatsächlich mobil unterwegs sein möchte mit der Power Platform? Dazu vielleicht nochmal so meine Herkunft. Ich habe irgendwie Anfang der 2005 angefangen mit SharePoint und InfoPass. Das war so die SharePoint 2003 und InfoPass 2003. Und da haben so die ganzen Urlaubsanträge, Reisekosten, Abrechnungen etc. Also diese ganzen Geschichten gemacht haben mir damals gesprochen, ich würde das niemals im Leben wieder tun. Und genau das sind die Anwendungsfälle, die ich jetzt halt auch wieder bearbeiten muss. Das heißt, ich kümmere mich also jetzt genauso wie damals um die Digitalisierung von allen möglichen Prozessen. Und auch damals war es schon so, dass man natürlich auch offline irgendwo sein musste. Ich sage mal, wir leben in Deutschland. Dass wir keine Verbindung haben, gehört hier zum Alltag. Und von daher ist das Thema, drängt sich halt auf. Die Anwendungsfälle, um die es geht. Nun mal so, das sind so die vier Bereiche, die mich entweder privat interessieren oder die halt über Projekte reingekommen sind. Das eine ist die Abfrage von Expertensystemen. Da gab es mal schön, das ging über Twitter und LinkedIn. Eventuell ist auch jemand halt jetzt im Publikum davon. Dann möge er vielleicht dann aufschreien. Dann ging es darum, hier sind die Wasserwerke, Gelsenkirchen, Bochum, die Richtung, die halt regelmäßig Sensoren abfragen. Und dann halt mal schauen über Power-Apps und gucken, die Werte, die wir jetzt haben, sind die okay? Wie ist die Historie über diese Werte? Und fragen halt dann ab, ist das in Ordnung, was ich jetzt hier an meinen Sensoren feststelle? Und haben halt die Möglichkeit, dann über die Power-Apps halt auch ihre Eingaben zu machen. Und die dann halt, wenn wir eine Verbindung haben, dann halt auch gleich in der Datensinkheit vermerkt werden. Dazu nochmal kurz die Anmerkung, bitte jetzt nicht lachen. Also ich bin, wie gesagt, Sharepointer, der Common Data Service. Ich benutze ihn gelegentlich in Projekten, aber ich benutze doch des öfteren Sharepoint als quasi Datenbank. Das ist so. Der zweite Pfeil, dazu habe ich auch eine kleine Demo, ist halt Wartung und Reparatur. Ich gehe halt raus oder ich bekomme jetzt halt meine Wartungsaufträge, die ich zu tun habe. Ich fahre dann raus zur Maschine, die ich halt zu warten habe. Lasse mir vorher noch von der Power-App zum Beispiel erklären, wie groß ist die Strecke? Wie ist der Verkehr? Ja, wie lange werde ich brauchen in Bezug auf den aktuellen Verkehrsaufkommen und mache dann ein paar Fotos davon und lasse mir vielleicht noch ein paar Ersatzteile auflisten, die ich vielleicht online auch gleich bestellen kann, sofern wir eine Verbindung haben. Observations ist ein großes Thema in dem Moment, wenn wir ein produzierendes Gewerbe haben, zum Beispiel, also das war zum Beispiel mein Anwendungsfall, es war ein Automobilzulieferer, wo es darum geht, regelmäßig mal zu schauen. Sind die Gehweg-Platten noch in Ordnung oder guckt da irgendwo, wo was raus sind und welche Äste, die jetzt in den Weg reinragen? Sind die Gullis noch in Ordnung, nicht, dass ein Auto reinfährt etc.? So wird dann die Power-App genommen, um dann halt mal zu schauen, macht man ein Foto, gegebenenfalls irgendwie nochmal einen Kommentar dazu eingeben. Und das Ganze wird dann halt gespeichert. In dem Fall wird es dazwischen gespeichert in SharePoint, dann über Power Automate abgeholt und dann in Azure SQL. Wir haben wieder in On-Premise SQL gespeichert mit dem On-Premise Data Gateway. Und dann halt daraus dann weitere Schlüsse gezogen, wenn bestimmte Werke halt ein besonders hohes Aufkommen haben, bestimmte Schadensklassen, dass dann halt da der Fokus drauf gelegt wird und dann bestimmte Aufgaben halt daraus generiert werden, dass halt öfter kontrolliert werden muss. Geologging ist so der vierte Fall. Da ist so ein typisches Beispiel angesprochen, das Fahrtenbuch, jetzt ohne zu sagen zu können, dass das jetzt eine anerkannte, rechtlich sichere Methode ist. Ich weiß nicht, ob das Finanzamt das anerkennt, aber zumindest nutze ich das halt dann auch privat, dass ich halt, wenn ich ins Auto steige, ich drücke halt auf den Knopf, kriege halt meine Adresse über meine Geokoordinaten, kann das wegspeichern, ich bin an meinem Zielort angekommen, kann das wegspeichern und jetzt kann man halt weiterdenken und sagen, so gut, jetzt geht vielleicht nochmal die E-Mail raus an meinen vorgesetzten, ja, ich bin beim Kunden angekommen, ich bin jetzt da und kann jetzt weiterarbeiten. Genau, dann zeige ich jetzt eine kleine Demo, die ich mit dem Tomislav Karafilov seinerzeit erstellt habe. Dazu muss ich jetzt auf den richtigen Screen kommen, damit ich jetzt sehe, dass ich jetzt hier auch teilen kann. Share Contents, so, und dazu brauche ich das hier. So, ihr solltet jetzt alle eine kleine Power App sehen. Jawohl. Das ist super, fantastisch. Das ist der Anwendungspfeil, nur damit man einmal so sieht, wie es halt aussehen kann. Ich will da gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen, weil wir noch genug Details haben, da können wir zwei Sessions von machen. Hier geht es drum, ich gehe jetzt einmal hin, ich bin im Office, ich habe Verbindung, ich sehe, ich bin online, ich habe hier oben den Status einmal zu stehen und sehe, alles klar, ich bin jetzt hier auf dem Browser unterwegs. Ich gehe jetzt halt hin und verbinde mich einmal und stelle jetzt fest, okay, ich habe irgendwie zwei Aufträge, die ich halt zu bearbeiten habe und lade mir die jetzt auf meine App runter und habe diese jetzt bei mir lokal. So, vorher sind sie in SharePoint, also da liegen sie jetzt immer noch, aber habe mir die Daten jetzt auch lokal kopiert. So, nun gehe ich dann halt weiter und kann mir angucken, was habe ich jetzt für Aufträge zu erledigen. Ich muss da so einen Fluxkombensator und Hoverboard reparieren. Der Fluxkombensator ist sehr dringend, dann fahre ich dauer als erstes hin und kann mir dann einmal anschauen, wo ich denn jetzt gerade bin. Spannenderweise, Europaplatz 1, das ist sehr schön. Ich sitze also knapp neben dem Messegelände in Hannover. Die ganze Zeit während der Demo hat er meine Adresse 1, also wirklich akkurat erkannt. Das tut er jetzt nicht, aber na gut, ist halt so. Also, ich bin jetzt quasi auf dem Europaplatz 1, also auf dem Messegelände und muss jetzt hier, mein Ziel ist jetzt halt die Oberenkerstraße. Das ist unser lokales Stadion. Genau, die Strecke sind 12,32 Kilometer. Ich brauche 12,83 Minuten unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrs. So. Geht also gut weiter, also geht also gut lang, weil meine Durchschnittsdauer wären 13,6 Minuten, die ich jetzt bräuchte. Alles super. So, jetzt kann ich dann weitergehen. Ich kann sagen, gut, ich bin jetzt an der Maschine angekommen. Ich möchte jetzt dort etwas tun. Jetzt würde ich zum Beispiel einen QR-Code scannen. der an der Maschine dran ist. Ich habe das jetzt, weil der QR-Code-Scanner halt nur auf mobilen Endgeräten funktioniert. Jetzt einmal quasi übersprungen. Das würde ich hier draufdrücken und den halt scannen. Und sehe jetzt halt hier die Teile, die ich für diese Maschine jetzt vielleicht online bestellen könnte, weil die auszutauschend sind. Oder halt die Tätigkeiten, die ich auszuführen habe an dieser Maschine, weil jetzt klar ist, über meinen Scannen, die Maschine ist, keine Ahnung, irgendwie 10 Jahre alt und ist so und so viel, also so und so viel Betriebsstunden halt auch gebuckelt. Und daraus ergeben sich jetzt halt bestimmte Aufgaben. So, dann geht es halt weiter. Ich kann halt losgehen und kann dann halt nochmal ein Foto machen. Wenn dann die Kamera an ist, ist er super. Ich drücke da drauf und sage, okay, das Foto gefällt mir. Ich sage, jo. Alles rein. Speichere das Ganze. Dadurch, dass er weiß, dass ich jetzt online bin, wird es direkt in SharePoint gespeichert. Ich habe Nordflow dazwischen geschaltet, der das dann halt dort gespeichert. Könnte auch genauso gut in Azure Blob Storage landen oder halt auch in anderen Datenquellen. Bei mir war es halt jetzt SharePoint. In dem Moment, wenn ich jetzt offline bin, dann würde es halt lokal speichern und erst dann wieder, wenn ich dann in meinem Büro bin, gehe ich jetzt aber wieder zurück. Zack. Könnte ich jetzt halt hier drauf drücken und dann würde er alles das, was ich lokal gespeichert habe, dann wieder hochspielen zum SharePoint. Das wäre jetzt mal so ein Anwendungsfall. So. Jetzt kriege ich mal wieder bei. Und teile meine Präsentation. So. Wie kriege ich das Ganze auf mein Device? Ich sage mal, irgendwie die Erstellung dieser Power App, wie diese halt jetzt auch, irgendwie die habe ich nochmal im Browser vorgenommen. Da ist auch alles super. PowerApps.com oder PowerApps.com. Komm da hin und wie kann meine App starten? Das haben wir vorhin auch schon gesehen, wie das funktioniert. Super. Aber wie kriege ich das denn jetzt irgendwie auf mein Endgerät? Das ist ganz einfach. Ich lade mir einfach die PowerApps-App herunter. In dieser App sind dann halt die PowerApps drin. Die gibt es halt dann für Android, für Windows 10 und halt fürs iPhone. Und wie man halt hier auch ganz schön sieht. Und das, ich mache halt diese App auf und habe dann hier eine Übersicht über all diese Apps. Genauso wie wir es halt vorhin auch gesehen haben in dem letzten Vortrag. Und habe dann natürlich üblich, muss ich nicht erklären, über Touchscreen kann ich Unterschriften drauf machen. Ich kann, habe meine Map und alles. Und das habe ich halt alles über diese App zur Verfügung. Was halt noch schön ist, ich kann halt jede einzelne App noch mehr auf dem Startscreen legen. Das ist eine wunderbare Sache, da ich dann diese App so benutzen kann, wie jede andere App, die ich mir halt sonst auch so aus meinem Play Store zum Beispiel runtergeladen habe. Genau. Was macht er, wenn ich die dann auslöse? Wenn ich auf diese App dann drauf drücke, dann macht er die PowerApps-App auf, also quasi den Container und startet darin dann die PowerApp, die ich jetzt ausgewählt habe. Das ist eine ganz einfache Sache, wird einfach installiert, ist quasi selbsterklärend. Ganz freie Sache. So. Moment. Kommen wir zu den Herausforderungen, die wir haben. Wenn wir mit mobilen Apps unterwegs sind, weil letzten Endes eine PowerApp ist per se erstmal mobil. So, dass ich wähle am Start aus, ob ich jetzt ein Tablet View haben möchte oder ein Phone View und damit kann ich das über diese PowerApps-App in jedem Fall auf jedem mobilen Device benutzen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ein Problem allerdings ist, dass ich per se kein natives, responsives Design habe. Da muss ich mich also selber drüber kümmern. Ein weiterer Punkt ist die Kompatibilität. Das ist mir in einem letzten Projekt auf die Füße gefallen, weil meine Entwicklung ist halt im Web. Jetzt war das aber für mobil entwickelt. Und ich bin davon ausgegangen, dass schon alles das, was ich im Web halt auch so habe, dann halt mobil auch genauso umgesetzt ist, ist es aber nicht. Da sind also zwei Sachen, die ich noch zeigen werde, wo man dann vielleicht mal aufpassen muss, wo man darüber nachdenken muss, ob das vielleicht auch gar nicht wichtig ist. Vielleicht ist es wichtig. Werden wir sehen. Dann gibt es den Offline-Modus, über den wir uns unterhalten müssen. Das heißt, ja, was ist, wenn die Verbindung weg ist? Wie kann ich damit umgehen? Weil letzten Endes muss ich ja damit rechnen, dass wir keine Verbindung haben. Das heißt, ich muss von vornherein betrachten. Und wir schauen einmal auf die verschiedenen Möglichkeiten, mit der Performance halt umzugehen. Und da vielleicht ein bisschen positiv darauf einzuwirken, um halt die Ladezeiten ein bisschen zu optimieren. Genau. Starten wir einmal mit dem responsiven Design. Dort gibt es, das ist hervorragend dokumentiert bei docs.magisoft.com. Dort habe ich auch einige Screenshots, einige Screenshots her, wie auch dann halt die nächsten. Das Ziel ist es ja letzten Endes, dass ich egal, auf welchem Device ich mich befinde und egal, wie ich es benutze, ob ich es nun im Portrait-Mode oder im Landscape benutze, dass ich immer die optimale Darstellung habe. Das funktioniert halt in Power Apps nativ so nicht, aber es ist auch kein Hexenwerk, dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Und wie es funktioniert, das zeige ich dann jetzt gleich. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, erst mal so drei Settings auszuschalten. Standardmäßig ist es so, man sieht es auf dem Screenshot hier unten, hier ist nochmal die App, die wir vorhin gesehen haben. Er versucht, Power Apps versucht immer, die App, die man hat, nach Möglichkeit, genau in den Seitenverhältnissen, das ist in jedem Fall ein Lock Aspect Ratio, anzupassen und den Platz, den man hat, optimal auszunutzen. Das heißt, er skaliert es so weit hoch unter Betrachtung der Einhaltung der Seitenverhältnisse, dass es halt auf dem Bildschirm passt. Scale to Fit. Dass ich überhaupt das Ganze quer benutzen kann, das muss ich ihm auch erst mal erlauben, weil standardmäßig Lock Orientation eingestellt ist. Das heißt, wenn ich das im Phone oder im Tablet View, wie auch immer, die App designe, kann ich es drehen und wenden, wie ich will, das Device und wird es nicht anpassen. Ich muss also explizit dieses Locking ausschalten, damit er überhaupt dazu in die Lage kommt, das Device drehen zu können. So, worauf muss ich da achten? Was sind so die Schlüsselfaktoren? Zum einen, wenn ich die App designe, lege ich einmal fest, gut, in welcher Größe bin ich unterwegs? Mache ich das für den Landscape-Mode, war ich das für den Portrait-Mode, also aufrecht? Ich kann auch Custom, dass ich sage, Mensch, ich möchte so und so viel, mal so und so viel Pixel haben. Das ist meine Design-Wrest und Design-Height. Das Gerät selber hat natürlich nochmal so sein eigenes Display und seine eigene Breite und seine eigene Höhe. Dazu kommt die Screen Orientation. Ich weiß nicht mehr, seit wann, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres ist das dazu gekommen, dass ich halt abfragen kann, wie bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt im Portrait-Mode oder bin ich jetzt im Landscape-Mode? Und das sind so die drei wichtigsten Punkte, an denen ich mich halt aufwenden kann, um halt ein responsives Design zu erzeugen. Wenn ich jetzt anfange mit so einer App, also in diesem Fall eine Canvas-App, dann habe ich erstmal ein Canvas, ich habe halt eine Leinwand, ich ziehe mir da meine Steuerelemente drauf, so wie ich es halt gerne hätte. In diesem Fall alles absolut positioniert. Ich habe hier gerne mal oben drüber so ein Heller-Text, das finde ich total schön. Da kann ich den App-Namen reinschreiben oder den Namen der Funktion, um die es jetzt gerade geht. Ich habe dann noch so ein paar Funktionalitäten, die ich dann da noch mit integriere, so ein kleines Pluszeichen, um vielleicht einen Datensatz anzulegen und einen kleinen Mülleimer, um Datensatz vielleicht zu löschen. Jetzt kann ich das alles halt normal positionieren. Ich sage, Mensch, hier ist 1024, so breit ist jetzt vielleicht mein Screen. So breit ist jetzt dieser Text und ich positioniere jetzt hier dieses Pluszeichen, will jetzt Datensatz anlegen, x-Koordinate 959 und daneben halt diesen Mülleimer. In der abschließenden Demo werdet ihr sehen, das bringt mich überhaupt nicht weiter, wenn ich auf einmal die Größe verändere. Weil er bleibt halt einfach dann bei 1024 oder 959. Die Position verändert er nicht dadurch, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe einen kleineren Screen. Was ich also machen muss, ist, mit relativen Koordinaten zu arbeiten. Das heißt, in diesem Fall sage ich dann, die Breite von meinem Label oben, von meiner Überschrift, die macht jetzt einfach mal zwei Drittel aus von der Bildschirmbreite. Zwei Drittel deshalb, weil ich daneben, das sieht man dann noch in der Demo, vielleicht den Anzeigenamen oder die E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers zur Anzeige bringen möchte, vielleicht das Foto, weil ich es ganz nett finde. Dann gehe ich hin und sage, so, jetzt die weiteren Aktionen, die ich halt noch habe, das wird man dann auch sehen, wenn man sich eine, zum Beispiel aus einer SharePoint-Liste heraus, eine Power-App anlegt, dann kriegt man ja schon mal so ein paar Default-Screens angelegt. Dort hat er das dann halt auch, dass die Aktionen zum Anlegen oder zum Löschen oder zum Editieren eines Eintrags immer relativ sind zu dem übergeordneten Steuerelement, in diesem Fall, diesem Label. Das mache ich jetzt also, damit ich dafür sorge, dass dieses Steuerelement immer ganz rechts oben ist. Ich sage, du bist immer an der Position, also quasi an der Breite des Labels, abzüglich der eigenen Breite. Das ist deine X-Koordinate. Das ist dann quasi linke obere Nupsi hier oben. Und fertig. Der kleine Müllarme, der daneben ist, der orientiert sich dann wieder an dem Plus-Symbol und sage ich alko-add.x, also quasi die X-Koordinate des Plus-Zeichens, abzüglich der eigenen Breite. Und damit kann der Heller-Text variieren, wie er will. Diese beiden Symbole werden immer oben rechts in der Ecke sein, und zwar immer genauso auch in dieser Form, wie ich es dort festgelegt habe. Das ist fein. Damit kann ich mir dann schön meine App zusammenschrauben. Das funktioniert auch alles total super, bis ich mit dem Mauszeiger auf ein Steuerelement gehe und es verschiebe. Wenn ich nämlich ein Steuerelement nehme und es einfach verschiebe, dann macht der aus so einer schönen Formel sowas hier. Das ist erstmal nicht so wild, wenn da nicht ganz so viel drinsteht. Es kann aber mitunter vorkommen, dass die Formeln doch ein bisschen komplexer werden, und dann ist es schon ein bisschen ärgerlich, wenn man dann auf einmal, wenn die Formel, die ich halt da drinstehen habe, dann auf einmal umformatiert wird zu einer 1024. Damit muss man einfach aufpassen, das ist auch nicht irgendwie veränderlich, das kann ich irgendwie auch nicht blockieren. Jetzt kann ich ja hingehen. Wir gehen davon aus, ich passe dann halt auch immer auf. Und ich sorge dann dafür, dass ich über bestimmte Regeln immer meine Steuerelemente so positioniere, dass sie nur zwei Drittel jetzt eines Screens zum Beispiel ausmachen, oder dass sie immer auf der linken oder der rechten Seite sind. Das ist alles fein. Wenn ich aber damit dann alle möglichen Vorkommnisse oder alle Screengrößen oder alle Benutzungen von einem Device abfrühstücken möchte, dann werde ich sehr viel schreiben müssen. Dafür gibt es Breakpoints. Das heißt, es gibt also eine Standardeinstellung an der App, nennt sich Size Breakpoints. Das ist ein kleines Array, 600, 900 und 1200. Und das sagt nichts weiter aus, als dass in dem Moment, wenn die Breite meines Screens 600 Pixel unterschreitet, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Mobiltelefon. Es ist small. In dem Moment, wenn ich zwischen 600 und 900 unterwegs bin, dann habe ich ein Medium Screen, large bis 1200 und extra large bis 2000, dann halt dort drüber. So, das heißt, daran kann ich mich dann jetzt orientieren. Das heißt, ich könnte jetzt aus dieses Label nehmen, was ich vorhin gezeigt habe und sage, deine Breite ist jetzt nicht per se zwei Drittel von dem verfügbaren Platz, den du hast, sondern in Abhängigkeit, ob du jetzt nun mit einem Telefon unterwegs bist oder mit einem Tablet, nimmst du unterschiedlich großen Platz ein. Wenn ich sehr viel Platz habe, dann, das ist dann dieser Fall, sage ich, du bist halt einfach ein Viertel, du nimmst halt einfach nur ein Viertel der Bildschirmbreite ein. Im Gegensatz dazu, wenn der Bildschirm sehr klein ist, dann nimmst du bitte die Hälfte ein, damit man das überhaupt noch lesen kann. So, jetzt kann es natürlich vorkommen, dass dann in Unternehmen unterschiedliche oder bestimmte Displays halt da sind, bestimmte Devices halt benutzt werden. Und man sagt, ja, für uns passen halt die Standardeinstellungen nicht. Wir haben dann andere Breakpoints, mit denen wir halt arbeiten wollen. Dann ist das kein Problem, dann kann ich die halt auch einfach überschreiben. Das ist eine wunderbare Sache. So, dann habe ich im Laufe der ganzen Entwicklung dann halt allerhand Steuerelemente auf meine Camels draufgezogen, habe die auch alle schön mit X- und Y-Koordinaten und Breiten und Höhenangaben versehen, dass auch alles dann in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße ideal angezeigt wird. Dann wird es aber irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Und da gibt es jetzt, ich muss lügen jetzt, ich glaube, das ist ein Preview-Feature, Preview oder Experimente. Es funktioniert zumindest sehr gut, es gibt halt den Container, das ist ein Strukturierungselement, das heißt, ich kann also ein Bündel von Kontrolls nehmen, kann die zusammenfassen, in diesem Fall auf der rechten Seite, heißt es jetzt halt CT für Container, Header unterstrich 2, weil es halt die Kopie eines anderen Containers war, dann nummeriert Power Apps das durch, genauso wie auf der linken Seite, man sieht ja Level 7, Level 6 und so weiter, ist jetzt nicht rekommendet, das so zu machen. Also für alle, die produktiv solche Power Apps bauen, benennt eure Steuerelemente entsprechend. Ihr kommt in Teufelsküche, wenn ihr es nicht macht. So. Die einzelnen Steuerelemente sind relativ zu dem Container positioniert. Und in dem Moment, wenn ich dann den Container verschiebe, bleiben die Formeln der Steuerelemente erhalten. Und das ist halt der riesengroße Vorteil, den ich da habe. Ansonsten erloggen, glauben mir diese Container, und das sieht man auch gleich in der Demo, halt, dass ich verschiedene Bereiche durch diese einen kann, dass ich mich nur noch um die Positionierung der Container kümmern muss. Wir erinnern uns an das Eingangsscreen, das wir hier vorne hatten. Ich kann jetzt halt hingehen und sagen, ich mache einen Container upper, einen Container lower und positioniere dann den Container. Die Steuerelemente, die innerhalb dieses Containers sind, den ich gleich zeige, die bleiben so, wie sie sind, und die fügen sich immer den, wie der Container sich verschiebt. So. Und damit kommen wir dann auch zur nächsten Demo, was das responsive Design angeht. So musste ich jetzt wieder hier drauf. Einmal hier und dann noch mal. Das war Power-Ton 1. Das war jetzt hier. So. Ich habe jetzt hier eine kleine App gebaut, die aus ein paar verschiedenen Screens besteht, wo ich jetzt mal einen Headertext habe. Oben hat einen Namen und die Kontrollseam gesehen haben. So. Ich fange mal mit dem Absoluten an. Das war das erste Beispiel, das ich gezeigt habe. In diesem Fall. Ich sage es auch hier noch mal ganz kurz. In diesem Fall sind die einzelnen Koordinaten, man sieht es hier, die Breite ist von diesem Headertext 1024. Die Koordinaten, auch alle absolut. Gut. So. Hier gehen wir auf die X-Koordinate drauf. 895. Alles ist eigentlich schön. Wenn ich mir das jetzt so im Browser angucke, funktioniert alles wunderbar. Wenn ich jetzt allerdings hingehe, verschieben das Ganze, dann sieht man, das hat mit Responsivität eigentlich so überhaupt gar nichts zu tun. Was tue ich also? Ich orientiere mich. Das war das allererste Beispiel, was ich noch gezeigt hatte, an der Bildschirmbreite. Was passiert dann? Ich habe hier auch die Breakpoints mit eingearbeitet. Das heißt, ich gehe jetzt langsam runter. Oben die Zahl, die dort runter zielt, das ist die aktuelle Bildschirmbreite. Der Breakpoint, um den es geht, ist jetzt bei 900. Ich zeige noch den Namen an und jetzt bin ich über die 900 drüber und ich habe jetzt festgelegt, dass unter 900 der Anzeigename dann verschwinden soll. Weil jetzt der Platz einfach nicht mehr ausreicht. Für mich, ich habe jetzt für mich entschieden, für mich ist das die wichtigste Information jetzt hier. Der Name ist jetzt beitrangig, den kann ich vielleicht anders noch irgendwie verarbeiten. Und fertig. So, in dem Moment, wenn das Grün wieder ein bisschen größer wird, dann wird der Name auch wieder angezeigt. So. Jetzt benutze ich mal einen Container. Jetzt habe ich hier, wie vorhin in dem Beispiel, was ich gebracht habe, ich habe zwei Content-Bereiche, einer links, einer rechts, oben, das bekannte, das bekannte Ensemble mit meinem Namen und dem Heller-Text. Und verschiebe das Ganze jetzt. Zack. Und sehe, ah, alles klar, es hat sich ja was getan, es hat sich jetzt was verschoben. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ist erstmal, dass ich meinen Monster jetzt hier hinbringen muss, damit ich den Bildschirm mal größer mache. Ich kann nicht scrollen. Ich habe eine gewisse Größe festgelegt, schon im Design-View und da kann er einfach nicht rüber gehen. Selbst wenn der Content jetzt noch weiter runter geht, ich komme da einfach nicht ran, er lässt sich einfach nicht scrollen. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Es gibt nämlich dann einen scrollable Screen. Und den zeige ich jetzt auch noch mal kurz. Ich wollte noch mal kurz auf den Code kommen. So, auch hier ist responsiv, es geht alles mit. Zack. Auch jetzt, der Bildschirm ist jetzt klein geworden, ich sortiere den einzelnen Content um, habe jetzt aber die Möglichkeit, auch zu dem Content unten hin zu scrollen. Wie habe ich das gemacht? Das ist denkbar einfach, jetzt hoffe ich, dass ich mich hier durch meine Demo irgendwie selber noch zurecht finde. Das ist der scrollable Screen, das ist der simple Screen, der war ohne Komponente. Ganz kurz. Genau. Das ist der default Screen. Hier habe ich zwei Container-Elemente, die ich vorhin beschrieben habe. Habe dort meine einzelnen Controls drin festgelegt. Oben ist der Header und dann die beiden Content-Controls und ich lege jetzt einfach für den, in dem Fall für das rechte Control, die X- und Y-Koordinaten fest und sage, in dem Moment, wenn die Parent Size und das sind die Resume, wenn die da haben wir das Problem mit der Verbindung. Da dauert ein klaren Augenblick. Okay, worum es geht, ist, dass ich dann auch der X- und Y-Koordinate halt einfach dann berücksichtige, wie breit ist mein Bildschirm und in dem Moment, wenn der Bildschirm zu klein ist, wenn der Bildschirm zu klein ist, so, wenn der Bildschirm zu klein ist, sage ich, dann orientierst du dich in deiner X-Koordinate bitte an dem linken Container, das heißt, du rückst nach links runter und zusätzlich orientierst du dich bitte an der Höhe auch des linken Containers, das heißt, du ordnest dich dadurch, dass ich jetzt hier sage, in dem Moment, wenn der Bildschirm zu klein ist, dann sage ich, okay, du guckst dir den Left Content an, also den linken Container, die Y-Ausrichtung, die Y-Koordinate, das ist halt oben links, plus die eigentliche Höhe und dann setzt er dann in den rechten Content-Bereich unter dem linken und damit habe ich in dem Moment ein responsives Design hergestellt. Dann gibt es dann das Scrollable Screen, das zeichnet sich dadurch aus, dass ich so ein Canvas-Objekt habe, dort kann ich halt verschiedene Data Cards hinterlegen und diesen per se, dieses Canvas-Objekt an sich, das kann ich so nicht einem anderen Screen zuordnen, das ist nur, wenn ich diesen bestimmten Screen habe, dieses Screen kriege ich hier oben links, standardmäßig habe ich halt den Blank Screen, den Scrollable muss ich also wirklich explizit wollen, dort habe ich die Möglichkeit, ein feststehenden Bereich oben zu definieren, das ist in diesem Fall mein Header, das ist der hier oben und alles, was da drunter ist, unterhalb dieses Canvas-Steuerelements, das ist dann Scrollable und kann dann halt vertikal gestrollt werden und dort habe ich dann meine beiden Container drin, die ich dann da drin positioniere. Damit gehe ich jetzt mal wieder auf meine auf meine Slides zurück. So. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Kompatibilität. Das sind zwei Sachen, die mir in einem Projekt auf die Nase gefällt sind und zwar ist Browser nicht unbedingt gleich Device. Ich habe jetzt in diesem Fall das ist jetzt eine Verbindung zu den Beispieldaten aus dem Common Data Service, die dort angelegt werden. Das sind halt ein paar Produkte. Ich habe ja dann Kunden, Produkte und Adressen. Das sind in diesem Fall die Produkte und habe eine Combo-Box angelegt, in der ich halt auch suchen kann. Ich suche jetzt ein bestimmtes Produkt, könnte es in W eingeben und dann würde mir die Wireless-Mouse, Wired-Mouse und die Wireless-Wireless-Keyboard liefern. In dem Moment, wenn ich das Ganze auf dem mobilen Gerät habe, sieht die ganze Sache dann halt so aus wie der Screenshot daneben. Das heißt, ich habe wirklich Screen füllend dann diese Anzeige und habe dann halt einen Anruf gekriegt, Stefan, das kannst du nicht machen, das sieht nicht gut aus. Da haben wir doch vor, aber das Bild dahinter, das muss ich doch auch noch irgendwie sehen und das verstehen die User nicht. Sag ich, oh Mensch, ja, aber da kann ich jetzt relativ wenig dran drehen. Für den Fall, dass einer doch weiß, was man daran drehen kann. Also über jeden Tipp bin ich auch da dankbar. Mir ist es nicht gelungen, dieses Design in irgendeiner Weise irgendwie zu ändern. Was ich aber machen konnte, ist, ich habe aber die Combo-Box, wenn ich daran auch nicht aktiv suchen wollte, zu einer Dropdown-Box halt umgewandelt und dann konnte ich halt sicherstellen, dass das Design, was ich im Web habe, auch das Design ist, was ich tatsächlich auf dem Device habe. Die Dropdown-Box selber hat keine Suchfunktionalität. Ich kann aber natürlich dann eine Textbox vielleicht darüber setzen und dort dann die Filterwerte eingeben und dann die Datenquelle entsprechend mir ziehen. Das nächste Ding ist der File-Upload. PowerApps hat keinen nativen File-Upload, es hat aber ein Bild-Upload. Jetzt kommt es halt schon das öfter mal vor, dass ich mal eine App bauen muss, wo ich halt auch ein paar PDFs vielleicht mal hochzuladen habe oder ein paar Word-Dokumente, die landen dann im Azure Drop Storage zum Beispiel oder halt im SharePoint. Und dann nutze ich halt diesen Picture-Upload, den es dort halt gibt und da habe ich halt die Möglichkeit, also wenn ich halt draufklicke, dann gibt es halt den entsprechenden Dateiselektor-Dialog, der standardmäßig JPEGs und GIFs und PNGs halt anzeigt. Ich kann aber auf All-Files gehen und dann sehe ich halt auch die Dokumente und PDFs etc. Die kann ich auswählen und dann kann ich die über den Bild-Upload-Dialog halt entsprechend weiterverarbeiten. Mir war aber nicht klar, dass die mobilen Devices das total anders sehen und sagen, nee, also mit normalen Dateien haben wir überhaupt nichts zu tun, es ist ein Bilder-Upload, das heißt, wir laden Bilder hoch. Irgendwie, auch wenn du was anderes willst, dann machen wir nicht, wir nehmen Bilder. Kann man jetzt nur streiten, muss ich von dem mobilen Device unbedingt Dokumente hochladen können? Wir haben uns darauf geeinigt, dass das im Prinzip jetzt eher ein Sonderverhältnis ist, dass das jetzt nicht kritisch ist, aber zumindest war es halt in meiner Denke, weil ich wusste das vor dem Projekt nicht, dass das Verhalten so ist. Also von daher hier der Hinweis, guckt vielleicht dann bei den Komponenten, die ihr einsetzt, die ihr völlig selbstverständlich halt in einer Canvas-App so benutzt, während ihr sie designt im Web. Überprüft mal, ob dann das Verhalten der Apps und die Darstellung so ist, wie ihr es wünscht, das halt auch auf den mobilen Geräten. So. Kommen wir zum Offline-Mode. Das ist ein bisschen tricky, aber auch kein Problem. Erstmal muss ich ja mal rausfinden, was ist eigentlich mit mir los? Bin ich offline, bin ich es nicht? Bin ich auf einem mobilen Device unterwegs oder bin ich jetzt im Browser? Ob ich Verbindung habe oder nicht, kriege ich relativ einfach raus. Es gibt ein Connection-Objekt mit der Eigenschaft Connected, die ist wahr, dann bin ich verbunden, sie ist falsch, bin ich nicht verbunden. Da kann ich was mit anfangen. Ich habe aber keine aktive Funktion zu sagen, hey, bin ich auf einem mobilen Device unterwegs und wenn ja, auf welchen. Das könnte man vielleicht über die Screen Size gehen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, was eine recht hohe Trefferquote hat, aber auch nicht sicher funktioniert, ist, dass ich den Beschleunigungssensor abfrage. Den haben im Regelfall nur mobile Geräte, zumindest was die Erfahrung angeht. Damit liegt man ganz gut. In dem Moment, wenn es damit Probleme gibt, müsste man halt sagen, entweder brauche ich zwei Apps, eine für mobil, eine für das Web oder ich muss explizit vielleicht dann sagen, dass ich tatsächlich auf mobilen Device unterwegs bin, wenn das wirklich dann kritisch ist. Aber es gibt halt keine generische Funktion, womit ich das halt feststellen kann. Warum ist das wichtig mit der Datenverbindung? Es geht um Daten. Ja, wie man aber schon sagt, irgendwie und da habe ich zwei mögliche, zwei Arten von Daten. Ich habe statische Daten und ich habe dynamische Daten. Statische Daten kann ich halt hervorragend mit einer Excel-Datei oder einer lokalen Collection dann halt quasi low-code-mäßig in die App mit reinbringen. Excel-Datei habe ich halt sehr schnell erstellt und verwende die halt innerhalb der Power-App wie halt eine ganz normale Datenverbindung. Das könnte man sich vorstellen, dass wenn sich das Produktspektrum eines Unternehmens vielleicht nicht allzu häufig ändert und aber die Außenliste-Mitarbeiter halt mit dieser App arbeiten sollen, dass man sagt, ja, am Monat gibt es halt eine aktualisierte App mit dem aktualisierten Produktkatalog. Wäre eine Möglichkeit, diese Daten dort in diese App reinzubringen. Mit den dynamischen Daten sieht das dann ein bisschen anders aus. Hier muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ich muss halt schauen, in dem Moment, wenn ich halt online bin, muss ich mir meine Daten ziehen. Irgendwann muss ich online sein. So, mit dem Beispiel, wie ich es vorhin gezeigt habe, ist es so, vom Szenario her, ich bin halt jetzt in meinem Office, ich habe dort WLAN zur Verfügung, ich habe da vielleicht, ich habe sowieso eine gute Verbindung, ich habe ein 5G-Netz, keine Ahnung, und jedenfalls, ich bin online. Was ich dann also mache, ist, ich sage, alles klar, lade einfach jetzt in diesem Fall von SharePoint von einer Liste All Open Work Items, lade in eine lokale Collection auf dem Handy, aus der Liste Work Items, bitte alle die Work Items, die zu dem User, also zu mehr als angemeldeten User gehören, die halt offen oder in Arbeit sind. Sobald ich diese Daten runtergeladen habe, speichere ich diese Daten bei mir lokal auf meinem Device, da gibt es eine Methode Save Data, ich muss nur einen Dateinamen angeben, in diesem Fall gibt es keine Dateiendung, es ist einfach nur der Name und das reicht. Und sage dann alles, das, was halt in dieser Collection ist, die ich mir gerade erzeugt habe, mit den Online-Daten, die speichere ich mir jetzt lokal auf meinem Handy und dann arbeite ich halt auch wirklich mit dieser Collection. In dem Moment, wenn ich dann jetzt unterwegs bin, ich habe meine Daten alle lokal gespeichert und habe jetzt aber vielleicht meine Verbindungsunterbrechung, mein Akku ist alle, das Telefon ist aus und ich mache das Telefon wieder an, weil ich jetzt wieder Strom habe und ich habe wieder Verbindung und alles ist wunderbar, dann brauche ich jetzt weiter meine Daten. Das heißt, ich muss in App on Start, das ist die erste Methode, die aufgerufen wird in dem Moment, wenn ich die App halt aufrufe, muss ich halt dann einmal schauen, gut, sind die Daten, die ich jetzt lokal gespeichert habe, sind die noch da? Wenn ja, dann lade sie bitte. Und dann baue ich mir dann wieder meine lokalen Collections auf, Open Work Items, Bilddaten und Audiodaten aus meinem Beispiel jetzt und arbeite dann wieder entsprechend auf diesen lokalen Datenbeständen. Bleibt dann das Letzte ist dann noch der Upload. In dem Moment, wenn ich dann halt wieder Verbindung habe, das heißt, ich bin jetzt wieder im Büro oder ich bin an meiner Maschine und habe dort Datenverbindung, kann ich halt sagen, so gut, entweder erkenne ich es automatisch, ich bin online und lade diese Daten hoch ohne explizite Zustimmung oder ich sage, du musst schon auf den Knopf drücken und dann machen wir das und nichts einfach heißt, dass ich halt meine lokale Collection halt einfach durchführe, wo meine offenen Work Items drin sind und patche dann in diesem Fall in SharePoint halt die Liste Work Items, könnte auch in Azure SQL oder anderes sein oder in Common Data Service und setze dann, aktualisiere die Daten, die ich halt mit meiner App erfasst habe. Achtung aber, Speicher ist endlich, ich kann also den kompletten Speicher belegen laut Dokumentation, den kompletten Speicher eines Telefons belegen laut Dokumentation, aber irgendwann ist der halt auch zu. Es gibt keine Warnung, wenn das soweit ist. Und von daher muss man einen Modus finden, zu sagen, hey, wir wissen, dass wir mit 50 Bildern und ein paar Diktaten kommen wir ganz gut lang, damit ist der Speicher halt nicht wirklich ausgelastet und danach machen wir halt eine Warnung, so per se nach 50 Bildern, die wir vielleicht gemacht haben, die wir lokal speichern, so sagen, hier, pass auf, vielleicht noch 25 und dann ist mal Feierabend, dann brauchst du halt mal wieder eine Datenverbindung. Dann gibt es noch ein wesentliches Problem, das ist die Kollisionsbehandlung, man sieht es hier, ich habe dieses Client Doppelpunkt false gesetzt, ich hatte beim Herunterladen, weiß nicht, ob euch noch erinnert, gesagt, in dem Moment, wenn ich die Daten runterlade, setze ich ein kleines Fleck und sage, so, dieser Datensatz ist jetzt bei mir lokal auf meinem Handy und dann vermerke ich in diesem Fall auf SharePoint, dass dieses Fleck true ist, es ist wahr. Wenn ich jetzt die Daten wieder hochspeichere, setze ich es auf false und das Ganze dient der Kollisionsbehandlung, weil auch da gibt es kein generisches Konzept, also muss ich mich da selber drum kümmern, im Zweifelsfall siegt der letzte. So, nur mit diesem kleinen Fleck, ob etwas auf dem Client ist oder nicht, habe ich halt die Möglichkeit so ein bisschen, die Möglichkeit so ein bisschen quasi eine Datensatzsperre zu simulieren, die es ja de facto so nicht gibt. da. Genau. Das wäre der Teil, aber da muss man halt dann gucken, wie geht man damit um, das ist halt dann von Fall zu Fall zu entscheiden, irgendwie, was ich da dann zu machen habe. Kommen wir zum letzten Teil, so von den Herausforderungen, das ist die Performance, auch da gibt es wirklich tolle Quellen bei docs.microsoft.com. Da möchte ich ein paar Dinge mal rauspicken, in dem Moment, wenn ich die App öffne, geschehen im Prinzip vier Sachen, drei Sachen habe ich nur angezeigt, weil das die drei Sachen sind, wo ich ein bisschen Einfluss habe. zuerst gibt es die Authentifizierung, hey, ich bin der Papa Riedel, das ist eine, dann gibt es die, dann gibt es die Authentifizierung gegenüber den ganzen Datenkonnektoren, dann werden sich die Metadaten, und das ist der Fall, der jetzt hier halt fehlt, einmal gecheckt, irgendwie, da habe ich aber keinen Einfluss drauf, da geht es darum, und welche Version ist das, wie heißt die App, welche URL ist das, etc., dann erfolgt das App on Start, das heißt also eine Routine, die bevor der erste Screen aufgebaut wird, wo im Dr. Fall die Daten geladen werden, und danach erfolgt das Render an der einzelnen Bildschirme. Kommen wir zur Authentifizierung. Empfehlung von Microsoft ist, nutze maximal 30 Datenquellen, weil, wie gesagt, jedes Mal am Anfang einer App man eine Authentifizierung durchführen muss, für all diese Datenquellen, also ich muss jetzt das nicht jedes Mal aktiv tun, es gibt einen Konsentbildschirm, wenn ich sage, so erlaubst du den Zugriff auf das, 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 dann sage ich einmal ja, aber im Hintergrund muss er trotzdem diese Anmeldung machen, und erst wenn er damit durch ist, geht es im Prinzip weiter. Das ist das eine. Dann folgt App on Start, und da wird es nochmal ein bisschen spannend, da gibt es den Concurrent Befehl, der hilft mir, das initiale Datenladen zu parallelisieren. Alles, was ich im Power App tue, ist im Prinzip seriell, es wird ein Befehl, nach dem nächsten wird ausgeführt, das führt halt zu folgendem Ladeverhältnis, in diesem Fall geht es darum, dass Produkte und Kunden etc. geladen werden, das heißt, er ist mit dem einen fertig, ich lehre das nächste, lehre das nächste, lehre das nächste. Mit Concurrent habe ich die Möglichkeit, das zu parallelisieren, und damit natürlich die Startzeit der App massiv herunterzufahren, weil es dann nur noch so lange dauert, wie insgesamt der längste Vorgang. Da gibt es auch eine schöne Dokumentation zu, die ich nur empfehlen kann, Rahmen anzuschauen. Kommen wir zum Rennland. Dort gibt es zwei Sachen, die zu beachten sind, und zwar ist es so, dass in dem Moment, wenn ich ein Screen habe, wo ich jetzt ein Steuerelement habe, und das mache ich abhängig von Werten eines Steuerelements auf einem anderen Bildschirm. Es wird gerne genommen, zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Bildschirm mit einem Button, mit einer bestimmten Größe, mit einer bestimmten Farbe, und ich sage auf jedem Screen, bitte, du hast jetzt die Farbe von meinem Template-Button. Dann referenziere ich ein Steuerelement auf einem anderen Bildschirm, und das hat zur Folge, dass der Bildschirm, den ich eigentlich so de facto gar nicht brauche, trotzdem geladen wird. Das ist erstmal nicht schlimm, aber es kann halt sein, dass dieser zweite Bildschirm wieder eine Referenz hat, vielleicht auch ungewollt, auf einen dritten Bildschirm. Dann würde auch der in den Speicher geladen werden. Und das Ganze belastet halt den Speicher, wir haben Ladezeiten, und das ist für die Performance insgesamt nicht besonders zuträglich, wie gesagt, in dem Moment, wenn der Screen vorher schon geladen war, ist es unerheblich, weil dann ist er eh schon da, und muss dann nicht nochmal explizit nachgeladen werden. Ein weiterer Punkt ist die Anzahl von Steuerelementen. Man sollte nicht mehr als 500 Steuerelemente in einer App benutzen. Wir haben jetzt mal ein Beispiel, auch aus dem, in diesem Fall aus dem Dokument, was diesem Link hinterliegt, wo hier in diesem Fall so ein Menü nachgebaut wird, und da hat der Blogger in diesem Fall 27 Steuerelemente verbraucht, um das so aufzubauen. Das kann man halt massiv dadurch reduzieren, indem ich jetzt sage, ich baue mir aus all diesen Daten eine künstliche Datenquelle, indem ich sage, ich habe halt eine Gruppierung, ich habe einen Titel, ich habe eine Beschreibung, und ich packe halt all das in eine Gallery und reduziere dann die 27 Steuerelemente hier auf schlanke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück insgesamt. Und wenn ich sowas stringent durch die ganze Welt durchziehe, habe ich natürlich ein enormes Potenzial, da meine ganzen Steuerelemente, die Anzahl meiner Steuerelemente, massiv irgendwie zu verkleinern. Und all das hat halt letzten Endes dann auch wieder einen Einfluss auf das Verhalten der App und damit auf die Zufriedenheit irgendwie des Benutzers. Damit sind wir auch dann zumindest damit fertig, was den Start der App angeht und das Renderen der einzelnen Screens. Da habe ich nochmal ein paar allgemeine Performance-Tipps, die ich noch mitgeben möchte. Zum einen das Reduzieren von Abfragen. Geht mit den Datenquellen, ist glaube ich selbsterklärend. Je weniger ich abfrage, umso besser ist es. Ich kann mir einen großen Datenbestand vielleicht runterziehen und filter dann lokal. Verwenden von Delegation ist eine feine Sache, solange ich halt online bin. Es gibt zwar Möglichkeiten, entweder lasse ich die Datenquelle meine Filter ausführen oder ich mache es lokal. Im Regelfall ist es immer schneller, wenn ich dann zum Beispiel in SharePoint, Command Daters oder was auch immer die Abfragen filtern lasse und die aufwendigen Operationen durchführen lasse und lasse das halt nicht auf meiner App machen, die mir dann schläftes Gefühl gibt. Das heißt also, wir arbeiten halt auch lokalen Datenbestand, wie ich es vorhin gezeigt habe. Dazu regelmäßiges Veröffentlichen. Jeder App, ich glaube, alle drei Monate ist empfohlen, dass ich eine App veröffentliche, damit einfach dann die neuesten Features auch mit bei sind. Es gibt gelegentlich auch mal Änderungen an den Objektmodellen, damit das halt mit rüberkommt und halt man immer mit dem neuesten Framework arbeitet, ist das halt auf jeden Fall empfohlen. Ansonsten noch Delay Output ist noch mal ein wichtiger Hinweis. Wäre schon mal irgendwie auf Basis einer Textbox, wo ich eingebe, ich möchte jetzt, ich kann es mal kurz zeigen, mal kurz, so, Share Content, in dem Fall war es das hier. So, ich habe jetzt hier eine App, die jetzt in diesem Fall einen Produktkatalog zur Anzeige bringt und ich möchte jetzt dann nach einem Produkt suchen. Dann ist es so, dass er jetzt, jedes Mal, wenn ich tippe, halt anfängt, irgendwie halt zu filtern. So, das ist eine halt absolut unnütze, unnütze Transaktion, die ich da halt durchführe, Datenabfragen, die ich durchführe und ich kann jetzt einfach hingehen und sage, ich mache jetzt einfach Delay Output auf True, starte das Ganze wieder, so, dauert es ein bisschen. Jetzt wartet er einfach einen Augenblick, bis ich genug geschrieben habe und macht dann erst seine Abfrage. damit habe ich halt auch schon mal die Möglichkeit, die Performance massiv zum Positiven zu beeinflussen. So, gehe ich nochmal zum Abschluss zurück auf meine Präsentation. So, und die finde ich hier. Noch ein kurzer Ausblick auf das, was jetzt gerade neu gekommen ist, was halt im mobilen Umfeld eine ganz coole Sache ist. Das eine ist der Adressbrowser und das andere die Mixed Reality. Den Adressbrowser, den habe ich jetzt einmal getestet. Dort habe ich halt die Möglichkeit, Adressen in einem bestimmten Radius, um meine aktuelle Position herumzusuchen. Das ist eine ganz feine Sache. Also, idealerweise, um natürlich ein Port of Interest zu finden, ausgerechnet, das geht natürlich nicht. Was aber geht, ist in dem Moment, wenn ich halt das amerikanische Eingabeformat nutze, das heißt, wenn ich mit der Hausnummer anfange, dann finde ich halt tatsächlich die Straßen und die konkreten Adressen, die sich innerhalb meines Radius befinden. In diesem Fall jetzt Sorenkamp 9, da sitze ich halt, hier ist mein Büro, hier spreche ich gerade. Würde ich jetzt Sorenkamp eingeben, hätte ich keinen Treffer, weil, wie gesagt, das amerikanische Format da zumindest meinen Tests in meiner Umgebung ganz klar führt. Auch, wenn ich hier die Sprache und das Countryset eingeben kann, wo ich beides auf Deutsch setze, das interessiert den schlicht und einfach überhaupt gar nicht. An sich ist das aber, glaube ich, ein ziemlich cooles Feature, was noch ein bisschen ausbaufähig ist, aber ist auf jeden Fall ganz nett, um mal zu betrachten. Das Letzte, was ich zeige, ist die Mixed Reality. Das ist nur, um es mal gesehen zu haben und ein bisschen Appetit zu machen. Ich habe jetzt einfach mal unseren Boden unten im Wohnbereich einfach mal kurz vermessen. Ich mache also diese App auf und habe die Möglichkeit, per Knopfdruck, indem ich auch das Plus drücke, halt Strecken abzumessen, die ich in meiner Kamera, in meinem Screen halt sehe, da kann ich halt so beliebig viele jetzt machen, also ich weiß nicht, ob es eine Obergrenze gibt, also jetzt zwei gehen auf jeden Fall, habe die Möglichkeit, halt im Raum rumzulaufen und auch meine Position zu ändern, den Winkel zu ändern, etc. und das ist echt ziemlich cool, dass er dann auch wirklich dann mitgeht und immer diese Maße, die ich dort habe, halt auch immer beibehält. Also ich kann auch den Fokus komplett verlassen, ich drehe mich komplett um, gehe wieder zurück und er findet das auf jeden Fall über einen Knopf übermitteln, hat er überhaupt, hat er dann die Möglichkeit, diese da zu nehmen und die kann ich mir dann halt in einem Data Table zur Anzeige bringen oder diese halt weiterverarbeiten. Natürlich also im Tabellenformat, in diesem Fall zwei Measurements, in dem Fall 52 und 53 Zentimeter, mit denen ich was machen kann, wofür brauche ich das? Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht machen, um damit irgendwie wirklich, also irgendwas, wo Menschenleben von abhängt, davon würde ich jetzt mal abraten, aber wir bauen uns jetzt hier eine neue Fassade an das Haus rein und da ist es zumindest für ein Angebot für den Techniker, für den Handwerker natürlich eine super Sache, indem man zumindest mal grob sagen kann, also klar, ich messe mir jetzt einfach mal die Häuserlänge ab oder ich messe mir innen drin der Maler vielleicht mal kurz die Wand ab und kann daraus jetzt, ein Angebot erstellen, vielleicht sogar automatisch, weil die Daten ja hinten auch dann über den Übermitteln-Button in das System wieder reinkommen und dort verwertet werden können. Zu Genauigkeit noch mal kurz, ich habe mal meine ISS vermessen, 49 Zentimeter kam bei raus beim ersten Versuch, Lego selbst sagt, irgendwie 49 Zentimeter soll dieses gute Stück breit sein, würde ich sagen, ist ein Volltreffer, jetzt habe ich aber auch nicht ganz genau gezielt, ich würde denken, wenn ich das Ganze jetzt noch mal durchlaufen lasse, liege ich auch gut mal bei 51 Zentimetern oder vielleicht auch mal bei 48. Wie gesagt, wenn sobald Menschenleben davon abhängt, würde ich da dann die Finger von lassen. Zweites Feature, was ich da noch ziemlich cool finde, was ich getestet habe, ich wollte einfach mal schauen, ob so ein 80x40 Bildschirm vielleicht auf meinem Schreibtisch Platz hat. Ich habe festgestellt, nein, leider nicht und habe halt da die, ich kann halt in der App festlegen, ich möchte das in Objekte halt bitte mir angucken, in meiner Umgebung, in einer bestimmten Größe, mit so und so viel Zentimeter, Inches, Metern und kann halt damit dann spielen. Es gehen auch 2D- und 3D-Objekte, soweit bin ich allerdings nicht willkommen jetzt in meinem Test für die Vorbereitung für diese Session hier. Genau. Das wäre jetzt auch der Abschluss. Ich bin jetzt auch 20.59, habe ich auch 55 Minuten rum, sage einmal ganz groß, danke. Wie gesagt, es ist alles das, also jeder Institution der Lage, glaube ich, der sich so ein bisschen damit reinfuchst, responsive Apps zu bauen oder auch wirklich performante Apps zu bauen, das ist kein Hexenwerk. Das kriegt ihr alles hin und ja, mir hat es Spaß gemacht, wenn ihr noch Erkenntnisse habt, die Slide, wie gesagt, kriegt ihr, wenn ihr dann sagt, Mensch, hier, da hat der Riedel aber irgendwie, das funktioniert so aber nicht oder an der und der Stelle geht das viel besser. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, die Kontaktdaten, ich blende die nochmal ein, das war ja ganz vorne. Ich bin auf vielen Kanälen, ja, so viel, gibt es auch eigentlich, auf vielen Kanälen erreichbar, schreibt mir einfach auch, wenn es euch nicht gefallen hat, irgendwie wäre ich auch sehr glücklich, wenn ihr mir dazu ein kleines Feedback gebt. So, und damit gebe ich jetzt wieder zurück an den Ludwig. Jawohl. Gut, vielen Dank. Wir haben, ich weiß nicht, Sascha hat die Hand gehoben, ich weiß nicht, ob es da eine Frage gibt oder ob das nur ein Versehen war. Bei dem Chat stehen jetzt weiter aktuell keine Fragen, also von daher gehe ich mal davon aus, das war soweit alles gut. Genau, also ich habe eine Menge gelernt, auch zum Offline-Mode und zur Performance. Das wusste ich selbst nicht. Das sind coole Tricks, die du uns gezeigt hast. Also vielen Dank dafür. und wie gesagt, an diejenigen, die hier noch durchgehalten haben, bitte schaut einfach mal auf Stefans Webseite, nehmt auch Teil an den Veranstaltungen, die ihr mit organisiert. Da gibt es immer coole Tipps und Tricks, so wie er das uns heute geteilt hat. Wenn jetzt weiter keine Fragen sind, würde ich einfach sagen, machen wir Schluss für heute. Heute war ein langer Tag, aber morgen nicht vergessen, morgen geht es weiter mit Customer Engagement Vorträgen und morgen gibt es auch, wer auch vielleicht noch kleine Kinder hat, irgendeinen Lego-Teil zu gewinnen, das habe ich mir sagen lassen. Ja, cool. Gut, also dann würde ich sagen, herzlichen Dank an alle, die durchgehalten haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sagt dann mal, ja, bis morgen. Bis dann. Ja, tschüss. geht's. Ja, tschüss.